herzlich willkommen leute zu einer fortnight 50 50 runde mit alex hallo ja hallo gut schön dass du auch antwortest für die leute die jetzt vielleicht das als erstes video sehen natürlich auch noch mal frohes neues jahr ich hoffe euch geht es gut und das können die letzte 50 50 runde sein denn der modus ist ja jetzt wieder zu ende also am 28 12 tag der aufnahme ist letzter möglicher tag gewesen und wir wollen euch jetzt wenigstens noch ein ründchen zeigen kann natürlich sein dass der modus wiederkommt und ja wir dann wieder gesagt haben zwei gegner rechts rechts um die close ja den meine ich ja den haben wir einer ist noch drin steps links von mir okay den haben wir gut gegeben haben ist da und dann haben wir richtig gut getroffen sind wieder alle hier okay jetzt müssen wir aber schnell noch looten also irgendwas brauche ich halt wieder damit wir weitergehen kriege ich mir noch draußen hat keinen sinn gemacht er ist hier close der hat noch mal hinter uns im haustimmer ne moment das war der war aber schon da und der wird nicht der wird sie nicht gewährt haben für den habe ich ein kill bekommen in dem haus das war meiner ich höre auf jeden fall noch schüsse hier unten wir versuchen halt in dem modus jetzt so viele kämpfe wie möglich zu suchen weil der anfang ist halt ziemlich nice und danach wird es halt ziemlich lame ja wie gesagt ich hoffe ihr habt den den letzten abend gut überstanden und vielleicht ist aber auch eh nicht das letzte abend gestern hier vor mir am zaun nimm du mal mit okay hast du soweit alles wie viel schuss hast du 55 brauche ich ja heilung kannst du mir zehn schuss geben oder ob ich dir bandage eine ja okay warte ich habe zwei bandagen eben ich brauche zehn schuss oder so ja danke und weiter auch wenn hinter uns noch schüsse sind das sind nur einzelne bei mir klopft an der tür warte mal oh gott alex das ist eine falle ich smoke ihn eben ein scheiße hat nicht geklappt der könnte besser sein oh gott der alex hat wieder stress gemacht da wäre die miete nicht bezahlt kommt der neues jahr weil es dann muss alex die alex muss ja die miete immer bar bezahlen weil sein konto ja nicht gedeckt ist und deswegen ist das immer ein bisschen problematisch für alex und jetzt ja steht der familie vor der tür ich nehme die kohle haben auch gut ja nichts schilddrang eine nachbarin gefragt ob ich schilddrang hier kommt und weiter ja ja klar ich habe ich habe die leute schon die leute wissen die wahrheit alex ich habe gesagt dass die miete mal bar bezahlen muss weil dein konto nicht gedeckt ist auf die idee kommt wie meine karte also vielleicht läuft einer draußen rum oder so kann ja sein im moment da kam ein nade ne das sind unsere ja da oben da ist einer drinnen aber gerade in welchem der wird auch gerade weggebrochen hier wo ich jetzt oben bin ne noch weiter hinten ich wurde weg gesniped von dem doll ein habe ich habe den sniper zumindest ich komme wieder runter ich bin gleich da die können doch nicht bei der aufnahme führen hier die katzen die fahrer scheiße verwege da fängt die nades ab alter ich will mich gar nicht umdrehen die klingen genauso wenn sie neben mir landen ja hinter dir oh gott oh gott oh gott oh gott wer ist denn jetzt heim ich hab leider bei dir den bug das problem ist ich kill echt viele leute aber ich krieg keine muni weil irgendein anderer aus dem team immer schneller ist und den dann kann ich natürlich nicht fragen ob sie mir was droppen also komplizierter wieviel schuss hast du kein 30 12 bei mir ist einer da oben im süden ich denke du hast nicht mehr viel leben ja leichte überzahl auch nur das ist eigentlich ganz nice der wird beschossen von der sache ne der schießt den turm weg obendrauf obendrauf siehst du den ja bin out of ammo mehr schüsse disco granate genau hinter mir explodiert der kann nur close sein dann äh 300 am baum der hat aber nicht die disco granate geworfen die war viel zu das drei schuss noch drei schuss noch hast du den gefinisht hier oben unten das war der oder ne soll ich noch einen haben hab ihn ok nice machst du mir jetzt voll leid an die nachtung dass ich an der durch die tür mit ihr gesprochen habe ja dann lässt doch keinen rein alter haben ja aber wenigstens kann ich immer die tür offen machen hinter uns ich komme hoch der war ein gegner das ist doch ein mate nein der dahinter war ein gegner er hier äh hier close äh lol was ist denn das jetzt warum ist denn zwischen unser team auf einmal gegner oh gott lebst du noch lebst ne ja ich leb noch ich dabbel dabbel in sicherheit irgend einer baut mich das versuche ich zumindest alex ich heb dich eben auf bleib unten bleib unten komm herren ja das ist westen gucken ob er kommt am stein so vorbei naja ich seh nicht der schießt da nen anderen typ an wir sind hier halt beide um uns rum die gegner wie konnte der denn der anders totet der uns eigentlich Baum könnte noch einer sein alex hier vor uns am baum vor uns am baum alex auf unter dem turm was ist denn hier los was ist denn hier los wir werden jetzt los wir brauchen grad alles erstmal irgendwie in sicherheit oder so der hier unten lebt wieder direkt unten am zaun hier direkt vor mir jetzt läuft ok nachher alter was eine action und du sagst dein modus ist nicht actionreich alter hier ist nix action action ey hab noch ein hier gehts voll ab oben hier über uns direkt alex das war ein mate safe so wie ich es gesehen hab ja ja warte und du sagst hier ist nix los ey kann ich mich jetzt mal heilen ja ich will hast du noch was über dann ja ich hab überhaupt ich hab keine katzen hast du denn was zum heilen ja 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 ich treffe jetzt holy shit dahinten läuft ein gegner wo er hat nen hit gekriegt was schießt du 30 ist gelogen ja 300 sorry er lügt der ist aber low so warte auf mich alex ich muss mich heilen hier war noch einer ich glaube schon ich hab 300 schuss jetzt äh 130 ich hab 105 alles gut okay alter das war crazy ey Leute für die für das für die action würde ich gerne mal ein like da lassen oder das war doch genau das was man haben will okay weiter geht alter hast du katzen schüsse 300 schüsse ne von hier oben boah okay das warst du kann sein dass die oben drauf sind kann ich nicht bauen jetzt den kann man auch nicht bauen ich glaub ich zeig dir den Trick so ja du kannst danach anecken geht immer und von unten von unten von unten nö man das macht denn der dude da jetzt äh hinter der mauer geradeaus 70er schild mit einer einer push 35er der ist down nur noch der hintere beide down ja das waren die ich seh meine kills ja nicht mehr ja das ist ja die überraschung am ende am ende ist aber mal ich hab gleich mal 3 kills getötet ich will ich du könntest escape drücken aber ich will es nicht nachgucken ich will es einfach nicht wissen ne 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 3 gegner noch nice wieder runter toll 20 gegen 3 na toll wir kriegen ja nichts mit wir kriegen nichts mit wir haben alle getötet haben wir alle den letzten 3 gehören auch noch an ich hoffe ich hoffe die sind die hier hat einer diskonade auf uns das ist trotzdem lustig alle tanzen hier ding noch ey wie viele haben die denn ich hab auch gerne eine ich hab erst eine gefunden oder so zwei glaube ich alter die besten runden in meinem duo da hinten ist es gebaut na schüsse die machen die wand ich wette die machen das kaputt ja war bestimmt ein anti mate einer hat das jump pad oben kaputt gemacht toll die sind schon in der zone alle ich sag ich wenn die schlau sind haben die sich eingebaut ich sag die sind in der zone schon ja da hinten ist auch einer gestorben glaube ich gerade ja einer wird an fall schaden gestorben sein weil er vom jump pad aber ja und die machen sich auch die machen sich auch die haben sich kaputt ja da war einer ja alle noch zwei wo nur das war nix von uns kann echt sein dass es hier oben war ja ja das kleiberschuss war nicht von uns ja hier wird genaded die bombardieren gerade ein bestimmtes haus hier hin wird genaded halex wo ist er warst du das ja ich schieße in die büsche der sitzt in irgendeinem haus in so einer ecke du musst jetzt einfach nur glück haben und ihn finden glaube ich der läuft bestimmt wieder mit uns würde ich auch versuchen mal ok ich sag voraus dass hier einer drin ist in dem haus wo ich jetzt reingehe alter wie viele leute ihn suchen jetzt in dem haus wo ich jetzt reingehe pass auf alter die leute tummeln sich grad in der zone es wird jetzt gleich real aber ich werde den letzten kill holt also wir machen so einer von uns sollte den letzten kill holen ok ja ich wüsste gern wo der ist oh hier ist er schon drin im bergwerk hier ja die große scheune fährt vielleicht auch noch drin hier ist ein steinhaus oh god das wird schwer ne hier ist auch keiner das kann nicht sein hier kommt auch keiner raus da ich habe beide gesehen beim bergwerk wo nein 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 sie sterben außerhalb der zone ich habe einen ja ja ich habe ja das ist ja 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 ich habe ja 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 auf ganz gut Ciao Eco Ciao Ciao 案